Ja. Willst du es selber machen? Ja, ja. Hoi, Uno. Hoi. Ja, hoi, du bist Nöggeli. Danke. Hoi. Ja, wir betreiben die Posterei. Nein, im Dorf ist es eine. Wir betreiben sie. So gut? Er hat 10'000 Liter gemacht. Wie viel? 10'000 Liter und etwas. Oh, wirklich. Ja, einfach Leute, die kommen auch. Nicht nur für uns. Also für uns und alle, die wir gekommen haben. Aber für andere Leute auch. Kann jeder kommen, der einen Baum hat und einen Apfel, und es kann kosten. Ah, okay.